Hallo und herzlich willkommen zurück zu Reka. Äh, irgendwie, ich bin gerade ins Spiel reingegangen und irgendwie macht sich das Spiel gerade selbstständig. Ich war schon seit vielen Monaten nicht mehr an diesem Ort, aber er wird sich gut für deine weitere Ausbildung eignen. Äh, Moment, das mit dem Holz brauchen, das hat sie doch schon mal gesagt. Verdiene dir den Respekt und so weiter. Ja, das hat sie alle schon gesagt. Jetzt sagt mir nicht, dass ich jetzt den Ort hier nochmal komplett von vorne machen muss. Hallo? Ja. Ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, was jetzt hier gerade passiert ist. Äh, ich komme jetzt auch... Nein, 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 nicht zurückgehen. Ähm, ich komme jetzt auch gerade überhaupt gar nicht mehr... Ah, jetzt, also über die Map komme ich noch rein. Ähm, Hauptaufgabe... Das Haus vergrößern. Die Lutki werden mir helfen. Jemand sagte mir, ich sollte mit dem Jäger sprechen. Also anscheinend hat er das hier alles noch drin von unserer letzten Folge. Aber, ihr habt ja jetzt den Anfang gesehen, irgendwie ist das anscheinend doch ein bisschen verbuggt aktuell. Ich mache mir etwas Sorgen und genau aus diesem Grund speichere ich nochmal auf dem anderen Speicherstand ab. Ja, ich kann nicht auf dem anderen Speicherstand abspeichern, weil der automatisch ja immer den gleichen überspeichert, was ein bisschen doof ist. Ich kann dann wirklich nur hoffen, dass es jetzt hier nochmal weitergeht. Ich bin jetzt auch gerade total überfragt, wo wir eigentlich hinwollten. Ich glaube, das... Moment, das hier wohl mit dem Honig. Das war aber doch die eine... Äh... Die Lutki, die der Händler erwähnt hatte, habe ich nicht gefunden. Aber eine der geschnitzten... Hä, die habe ich doch gefunden. Klotzbeuten fehlte. Jemand sagte, ich sollte mit dem Jäger sprechen. Ja, sonst machen wir erst das mit dem Jäger. Ehrlich gesagt, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was wir überhaupt jetzt hier als nächstes machen sollten. Ich bin jetzt auch gerade so leicht panisch, weil ich das Haus gehört habe und... Na? Ich bin jetzt gerade... Ich hoffe, dass hier alles soweit okay bleibt. Oh, Moment. Moment. Das mögen die gar nicht. Meine ich doch. Das ist doch Holz. So kann ich das nicht... Wie kein Plätz dafür. Hä? Karte, Sammlung. Achso, ich kann mir... Kann ich mir mein Inventar nicht mehr angucken? Weil irgendwie... Die Tasten, die funktionieren auch nicht alle. Das ist jetzt alles gerade ein bisschen... Moment. Der Jäger ist hier drin, oder? Ja. Das sieht mir so aus, als ob du der Jäger bist. Wie kann ich dir helfen? Was weißt du über den Waldgeist? Du möchtest den Waldgeist treffen? Du bist mutig, kein Zweifel. Ich glaube, ich habe ihn einmal gesehen. Er kümmerte sich um ein verletztes Reh. Er war riesenhaft, doch seine Berührung war so sanft wie Seide in einer warmen Brise. Und wie das Tier ihn angesehen hat, wie ein Baby seine Mama anschaut. Wenn du seine Gunst gewinnen willst, dann zeige ihm, dass man dir seine Familie anvertrauen kann. In dieser Gegend gibt es überall Rehe. Sie sind furchtsam und scheu, also hab Geduld. Nähere dich ihnen langsam, wenn sie dich ansehen. Halte still, sonst erschrickst du sie. Ach ja, und du solltest besser eine Tasche voller Bären dabei haben. Denen können sie nicht widerstehen. Oft kannst du Rehe an diesen Orten finden. Okay. Markieren wir uns mal? Warum war die Hirschkuh verwundet? Leider war es meine Schuld. Ich habe nicht gut gezielt und keinen sauberen Treffer gelandet. Die arme Kreatur war verletzt und floh. Diesen Fehler habe ich nie wieder gemacht. Aber du jagst nach wie vor? Ja, natürlich. Das ist mein Beruf. Wir alle müssen überleben. Ich werde nie gierig und sorge immer dafür, dass es schnell geht. So schnell, dass sie nicht einmal mehr merken, was mit ihnen passiert. Anscheinend ist das für den Waldgeist in Ordnung, solange ich allen Kreaturen respektvoll begegne. Aber wenn du denkst, dass er wieder in der Nähe ist, habe ich vielleicht in letzter Zeit zu viele Hasenfallen aufgestellt. Hm. Ich hoffe, er und ich haben immer noch eine Abmachung. Wo sind die Hasenfallen? Du machst mich nervös mit deinem Gerede. Hast du denn nichts anderes zu tun? Überlass mich einfach dem Grauen, das mich mehr und mehr beschleicht. Wo befinden sich denn deine Hochsitze? Willst du meine Handwerkskunst bewundern? Ich kann dir sagen, wo sie sind. Da, ich habe sie alle auf deiner Karte markiert. Das ist ja nett, Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ja, cool. Wir machen natürlich erstmal das andere, aber wir schauen mal, ihr meintet ihr die jetzt wirklich? Oh, geil. Eins, zwei, drei. Ist auch in der Nähe von dem Reh noch einer. Ja, cool. Oder von den Rehen. Das sind ja mehrere eigentlich. Dann laufen wir erstmal gekonnt gegen den Zaun. Und danach werden wir uns dann aufmachen. Ich würde sagen, erstmal diesen Dings hier kaputt machen. Was mich jetzt nur ein bisschen wundert, dass ich mein Inventar nicht mehr angucken konnte. Gibt das auch von der Entfernung aus? Ist so weit weg, ne? Dachte ich mir schon. Okay. Ah, da ist wieder eine Falle. Ja. Okay. Das Häschen haben wir befreit. Problem ist nur, das Häschen ist jetzt... Hä? Hallo, Häschen. Ah, ich muss mir mal eben davon ein Skishot machen. Nein, Krähe. Böse Krähe. Böse Krähe. Wahrscheinlich ist das Skishot wieder so spät gewesen jetzt. Warte, ich bring dich mal... Ich bring dich mal zum schwebenden Honig. Okay. Kein Thema. So. Dann lauf. Aber nicht wieder ans Wasser, ne? So. Hier können wir nochmal ein paar Bären einheimsen. Wir brauchen ja noch welche. Gut, wir haben fast 250. Jetzt haben wir schon wieder keinen Platz mehr. Och, Mann. Oh, Mann. Hallo? Muss ich hier woanders gucken? Ah, jetzt. Okay. Was haben wir denn hier für ein Häuschen? Hallo? Wohnt hier jemand? Oder wohnt hier mal jemand hier? Ich glaube, hier wohnt er, obwohl... Na ja, ist schon länger nicht mehr gegossen worden. Hallo, guten Tag. Oh, Hallöchen. Bist du eine Hexe? Die Totengräberin. Okay. Ich sehe eine Gleichgesinnte, die unsere gefiederten Freunde zu schätzen weiß. Sag mal, Vogelmädchen. Hättest du Lust, meinem Schwarm zu helfen? Äh, klar. Wie kann ich dir helfen? Obwohl ich eigentlich was anderes machen wollte. Wie ich sehe, haben Rabenvögel dich mit ihrer Anwesenheit beehrt. Sie gehören zu den klügsten und fähigsten Vögeln unter der Sonne. Sie können nicht nur Dinge für dich sammeln oder auch Dinge aus dem Weg räumen, die dich stören. Jetzt, wo die Erntezeit naht, stellen alle im Dorf Vogelscheuchen auf, um ihre Felder zu bewachen. Meine älteren Krähen stören sich nicht an ihnen, denn sie spüren, dass es leblose Gebilde sind und sie keine Gefahr darstellen. Aber den Jüngeren fehlt es an der Weisheit der Älteren und sie haben zu viel Angst, um zu fressen. Sie werden von Tag zu Tag schwächer. Ich brauche dich, um meinen Jungvögeln zu zeigen, dass diese Kreaturen, von denen sie sich fürchten, nichts als Stroh und Stoff sind. Nutze deinen Schwarm und zerstöre diese grausamen Puppen. Bist du erfolgreich, werden wir dich reichlich belohnen. Ja, kein Thema, bin ich sowieso schon dran. Warum lebst du mit so vielen Krähen? Krähen sind viel intelligenter als der Durchschnittsmensch. Sie sind nicht nur zuverlässiger, sondern auch bessere Gefährten. Vögel sind mir allemal lieber als Menschen. Kann ich verstehen. Warum wohnst du in der Nähe des Friedhofs? Ich kümmere mich um die Gräber. Außerdem mag ich die Ruhe und den Frieden. Ach, bis der Erste durch nekromantische Fähigkeiten aufersteht. Es ist so viel schöner, wenn deine Nachbarn unter der Erde liegen und deine Vögel nicht erschrecken oder dein Essen stehlen. Die Toten machen viel weniger Ärger als die Lebenden. Darf ich deine Krähen füttern? Oh ja, das wäre schön. Was für eine nette Idee. Ich habe ein paar Schüsseln auf dem Grundstück aufgestellt. Ich habe meine gefiederten Freunde ein bisschen verwöhnt und jetzt fressen sie nur noch Brei. Außerdem habe ich gerade einen weiblichen Spatz in meiner Obhut. Vielleicht hast du sie schon an der Tür sitzen sehen. Sie ist besonders wählerisch, aber sie folgt dir vielleicht nach Hause, wenn du sie mit einer schönen Schale Haferbrei mit extra viel Obst verwöhnst. Wenn du alle meine Vögel fütterst, finde ich etwas für dich als Dankeschön. Also komm zu mir, wenn du fertig bist. Ja, machen wir. Auf Wiedersehen. Schauen wir mal. Wir müssen erst mal... Ah, können wir die Bücher vielleicht mal ausleihen? Okay, okay, okay. Hier haben wir sonst nichts mehr, was irgendwie von Interesse ist, ne? So, platzieren Haferbrei mit Früchten. Dafür brauchst du Haferbrei mit Früchten. Was irgendwie logisch ist. Aber gut, dann wissen wir zumindest schon mal, wo wir dann hin müssen. Das ist das bei den Krähen. Moment, 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 Moment. Warum ist links von uns immer noch so ein Ding? Ich dachte, hier wäre nur eins. Ne, das ist der hier. Ich wollte das Holz haben. Hallo? Habe ich auch für das Holz jetzt keinen Platz mehr? Ich dachte, nur für die einzelnen Sachen. Hm. Dann kommt mal mit. Wir müssen uns jetzt mit einem Reh anfreunden. Ah, da hinten. Na? Du starrst mich so an. Schön, dich zu treffen, Mensch. Wenn du wirklich einer bist, ich spüre etwas von der anderen Seite in dir. Deine Güte gegenüber dem Wald ist nicht unbemerkt geblieben. Doch leider ist sie nur ein Tropfen auf einem verdorrten Blatt. Finde mich am heiligsten aller Orte. Und ich werde dir zeigen, welche Gräulentaten andere deiner Spezies an uns verübt haben. Finde ich ihn mit Hilfe des Kompasses. Okay. Warum ist es hier so dunkel? Oh, Entschuldigung. Wollte ich mich umrennen? So, Moment. Interagier mit was? Ah. Feuerstelle. Uh. Das ist immer gut. Hier ist auch noch was. Schauen wir mal. Himmelblaue Perlen. Ähm. Ja. Nicht wirklich was für mich, aber. Äh. Gut. Ich habe doch von vorne eben auch noch genau. Aber da war nichts. Oh, doch. Ach, da ist eine Kiste. Dunkelroter Schrank. Sehr schön. Hängende Kräuter sind auch immer gut. Dahinten ist immer eine Kiste. Da ist nochmal ein Haus. Oh, mein Gott. Ich kann doch übers Wasser laufen. Oh, mein Gott. Langer Schieber. Holzkiste. Ah. So, Frage. Darf ich das Holz mitnehmen? Weil das liegt ja einfach nur hier so rum. Alter. War das der Hirsch? Insektenschaukasten. Okay. Anscheinend darf ich hier kein Holz mitnehmen. Aber kann sein, dass wir hier vielleicht nochmal hingehen und hingehen dürfen, wenn, äh. Ja, wenn wir Holz hacken können. Ich weiß ja nicht. Können wir irgendwann mal Holz hacken? Keine Ahnung. Das ist eine Ruine hier. Oh, wir können doch nicht übers Wasser laufen. Schade. Macht aber nichts. Wir können ja zum Glück nicht untergehen. Hier sollte ein Eingang sein. So. Das Holz darf ich auch wieder nicht nehmen, ne? Ja. Schade. Oh. Moment. Drei Sachen. Hexenpapier. Scheunentruhe. Braunes Buch. Äh, wo ist das andere? Ach. Einen Hustenanfall später. Also, ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der jetzt beide Säcke hier genommen hat. Aber hier liegt halt noch einer. Ach, da oben ist auch einer. Blaue Kommode. Scheunentruhe. Braunes Buch. Nochmal Hexenpapier. Okay. Ist das jetzt ein neues? Oder war das das, was runtergefallen ist? Ich bin mir nicht sicher. Da ist der andere. Grüne Bücherreihe. Wieder Kommode, wieder Bücher. Okay. Ja. Aber auf jeden Fall waren hier schon mal ein paar coole Sachen drin. Moment, da bin ich gerade hergekommen, oder? Nee. Das war hinter mir. Dann schauen wir da doch auch nochmal. Ich finde es nur irgendwie komisch, dass die Leute immer hier rausgehen in den Wald und alles zurücklassen. Okay, eine Tonvase. Mitternächtliches Blumenkleid mit elfenbeinfarbener Bluse. Ob das jetzt optisch so meins ist. Hier ist der Nebel, oder? Ja. Ich schweset ja nicht. Aber, naja. Da sehe ich jetzt soweit nichts. Hatten wir jetzt noch irgendwas, was markiert war eigentlich? Äh, ich wollte eigentlich die Pilze haben. Sind die auch schon zu öffnen? Die sind noch nicht voll. Also, es hat wirklich damit zu tun, was man sammelt. So. Achso, genau. Den Baum hatten wir markiert. Das ist der heilige Ort, oder? Wo wir hin sollten. Äh, die Frage ist nur, wo ist der? Muss ich da jetzt erstmal über die ganze Karte rüber? Ich sehe halt nur die Richtung. Da ist auf der anderen Seite. Bin ich ihm hier nicht das erste Mal sogar begegnet? Hier in der Ecke. Ah, Moment. Ist das der Baum? Aber hier wird es dunkel. Oh, 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 oh. Endlich bist du da. Du bist an diesem Ort willkommen. Nicht viele sind es. Sieh selbst, was aus den Wäldern geworden ist. Meine Kinder wurden abgeholzt, zermalmt. Schau dir die Narben an, die den Boden durchziehen. Ich werde in den Tiefen des Nebels warten, falls du geloben möchtest, dieses Unrecht wieder gut zu machen, Menschenkind. Ähm, ja. Ich würde es gerne geloben, aber wie soll ich das... Also, ich würde es mit Magie wieder aufbauen, aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Siehst du jetzt, was die Menschen getan haben? Wie viel sie zerstört haben? Du hast deine Loyalität gegenüber dem Wald bewiesen. Jetzt wird sich zeigen, ob du wirklich entsprechend handeln kannst. Diesen Land darf kein weiterer Schaden zugefügt werden. Sonst wird es sich nicht mehr erholen. Denn jeder Tod muss neues Leben bringen. Das ist der Kreislauf. Das sind die Gesetze der Natur. Es ist deine Aufgabe, junger Mensch, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Und du wirst nicht eher gehen, bis sie erfüllt sind. Ich vertraue darauf, dass du bessere Entscheidungen treffen wirst, als die, die vor dir kamen. Was ist an diesem Baum so besonders? Dieser Baum ist eine uralte Lerche. Sie steht hier schon seit Jahrhunderten. Sie hat den Lauf der Zeit miterlebt. Den Aufstieg und Fall dieses Landes und all derer, die es bewohnen. Jede Ast, jedes Blatt enthält die Erinnerungen an die ältesten Weisheiten. Jede Falte in dieser Rinde ist eine Erinnerung an die Erde, die war, ist und sein wird. Sie kann nicht ersetzt werden. Sie ist das schlagende Herz dieses Waldes. Einst wurde sie von Waldbewohnern und Menschen gleichermaßen verehrt. Aber sie haben ihre Verbindung zur Natur verloren. Sie glauben, dass sie über ihr stehen. Herren der Natur. Ha! Die arroganten Narren. Alles, worum sie sich kümmern, ist das Holz zu zerschlagen. Unwissend, welche Kraft und Weisheit in ihm steckt. Ja, du kannst fortfahren. Aber womit? So, jetzt habe ich ein gutes Bild. Denke ich mal... Ja. Ja. Sag mir... Was ist mit dir? Hi. Höre ich eine Stimme? Wo steckst du? Ach, der macht die ja alle verrückt, oder wie? Hm. Hier ist der Nebel. Ich bin mir jetzt nur nicht so genau sicher, was ich jetzt tun soll. Ich meine, auf der einen Seite... Äh... Ne, ich würde halt auch gerne das Holz jetzt haben. Ich möchte gerne meine Unterkunft bauen. Aber auf der anderen Seite, er sagt, ich soll jetzt hier irgendwas machen. Wobei er eigentlich ja nur gesagt hat, ich soll dafür sorgen, dass es dem Wald wieder besser geht, bevor ich abreise. Moment, falsche Taste? Äh, nein. Da. Ich habe dem Waldgeist drei Gefallen getan, und er hat mich in sein Herrschaftsgebiet eingeladen. Jetzt muss ich mich seiner Prüfung stellen. Ist immer noch hier rot markiert. Moment, das Gleichgewicht wieder herzustellen. Ach ja, die können doch neue Bäume pflanzen, bin ich denn doof? Das ist doch ein Holzfäller, der Typ. Vielleicht kann ich einen Weg finden, den Schaden wieder gut zu machen, den die Holzfäller mit dem maßlosen Schlagen all der Bäume angerichtet haben. Der uralte Baum in der Mitte der Lichtung scheint wichtig zu sein. Ja, aber könnte ich jetzt theoretisch... Oder kann ich hier... Äh, muss ich hier? Kiefern's mal? Hm. Heißt das jetzt, ich kann hier kochen, oder heißt das jetzt... Weil ich kann die drei Sachen jetzt hier nicht zusammen reinmachen, ne? Himbeeren, Honig, Getreide. Himbeeren... Ja, kann man nicht zusammen reinmachen. Ja, guck mich nicht so doof an. Wie soll ich das denn hier wieder gut machen? Ich bin da mal weg, ne? Moment, war da grad einer? Baum, Stämme, Karren. Immer das Gleiche. Baum, Stämme, Karren. Oh, da muss ich vielleicht mit den Leuten reden, das kann natürlich auch sein. Weil hier wird's nämlich jetzt wieder hell. Naja, hier kann ich anscheinend nicht raus. Also kann ich auch nicht mit dem Holzfäller reden. Mit dem einen habe ich schon gesprochen. Das wäre quasi die zweite Absperrung. Da müsste hier irgendwo noch was sein, oder? Und da wird's jetzt auch schon wieder hell. Leute, ein kleiner Hinweis wär gut. Die Erde ist wichtig, Mensch, aber manchmal musst du zum Himmel schauen. Ihr Menschen, seid so auf das konzentriert, was unter euch ist. Erkennst du nicht, dass du in der Gegenwart eines Wesens bist, das so alt ist, dass es sogar mich überragt? Sieh nach oben. Sieh die Früchte, die dieser Baum trägt. Sie werden dir helfen, dieses karge Land wieder aufzubauen. Er trägt aber keine Früchte. Ah, doch, da. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne, dass ich jetzt keinen Platz dafür habe. Lärchenzapfen. Oh, Leute. Das Problem ist, Beeren habe ich halt sehr viele. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Getreide ist. Das brauche ich wahrscheinlich gleich noch. Ich kann jetzt hier... Ich weiß nicht, wenn ich das löschen jetzt einmal, nicht, dass jetzt alle hier gelöscht sind. Oh, das ist doch nie euer Ernst jetzt. Kann ich hier nichts wegwerfen, damit ich die nehmen kann? Ich meine, die sind jetzt da drinnen. Ah, okay. Vier. Die Frage ist, muss ich jetzt alle Früchte davon holen? Fünf. 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 Und da ist, glaube ich, noch was. Sieben. Ich will jetzt hier nicht den ganzen Baum rupfen, ne? Ich meine... Neun. 13. 13. 13 ist eine gute Zahl. Und hier sind aber auch noch welche. Sag mal, du, gleich das Problem, dass das, was drin ist, kann ich jetzt nicht wieder rausholen, ne? Was mich auch noch interessieren würde, kommen die jetzt immer wieder neu? Das Gefühl habe ich nämlich gerade. Okay. Ja, das ist nämlich jetzt das Problem, was ich habe. Okay, Moment, dann nehmen wir das jetzt rein. Tun die rein. Und dann? Das war es aber noch nicht. Was willst du denn von mir? Mann. Ein Zweig vielleicht, das... Hä? Oder habe ich die anderen jetzt wieder rausgeholt? Samen, die vor neuem Leben strotzen, vereint mit der Macht und Weisheit der Alten. Tue jetzt, was getan werden muss, um das Gleichgewicht wieder herzustellen. Was muss ich denn tun? Sag es mir doch. Moment, Zuta... Okay. Achso, der hat hier jetzt aber wieder rausgenommen. Ja. Hm. Tue jetzt, was getan werden muss. Moment, da ist noch einer. Hey, was stimmt denn nicht mit dir? Also, ich stehe jetzt irgendwie ein bisschen auf dem Schlauch, bin ich ganz ehrlich. Moment, da unten hat er mir jetzt noch was angedienst. Ich habe den Weisheit, mich an das Gleichgewicht herzustellen. Ich habe die Zapfen, die ich gefunden habe, verzaubert. Sie strotzen nur so vor Macht. Kann ich damit neue Bäume pflanzen? Ah. Aber wie? Wo? Okay, also einfach irgendwie in der Gegend rumlaufen. Wie oft muss ich das machen? Das alles weg ist, oder? Das Leben fährt zurück. Nur noch ein bisschen mehr. Aber ich glaube, das sind doch so ein bisschen vorbefertigte Plätze, wo man hin soll. Das hast du gut gemacht. Komm wieder zu mir zurück. Und die anderen behalte ich. Sehr gut. Deine Prüfung ist abgeschlossen. Du hast bewiesen, dass du fähig bist. Nur selten haben andere Menschen das geschafft, was du vollbracht hast. Ich weiß, warum du gekommen bist. Ich kenne dein wahres Ziel. Du kannst es nicht vor mir verbergen. Du bittest mich, um die Erlaubnis, Holz in den Wäldern zu schlagen. Ich gewähre dir deine Bitte. Aber achte bei deinem Tun stets darauf, das Gleichgewicht zu wahren. Zügle deine Gier besser als jene, die vor dir kamen und gescheitert sind. Auf deiner Reise wirst du ähnliche Bäume finden, um dieses Ritual zu wiederholen. Für jedes Leben eines Baums, das du nimmst, muss ein neues gepflanzt werden. Das ist der Preis. Tritt in den Kreis und erhalte meinen Segen. Alter. Mit diesen Segen habe ich dir die Macht gegeben und meine Erlaubnis, Bäume zu fällen. Die Macht wird von deinen Vögeln kanalisiert. Wenn du sie zu einem Baum schickst, wird sie entfesselt. Denke daran, diese Macht mit Bedacht einzusetzen. Denn du wirst für deine Taten zur Rechenschaft gezogen. Wenn du vom Pfad des Gleichgewichts abweist, werde ich... Oh nein, sie. Ach, du schon wieder. Schon wieder? Es sind 20 Jahre vergangen. 25, wenn ich mich nicht verrechnet habe, Waldgeist. Und das war nicht lange genug. Baba Yaga hat sich nicht verändert, wie ich sehe. Ich weiß, ich habe dir gefehlt. Wie die Sonne dem Winter fehlt. Wie ich sehe, hast du dir hier ein schönes kleines Zuhause geschaffen. Du mischst die Einheimischen auf. Neidig, was? Ich weiß, dass du das Spielchen immer am liebsten gespielt hast. Für mich ist es nie ein Spiel gewesen. Darum bin ich darin auch besser als du. Ich würde ja sagen, dass du dich nie änderst. Aber das stimmt nicht so ganz. Nicht wahr, meine alte Freundin? Freundin? Ach so, hat er gesagt. Ach, ich komme hier schon total durcheinander. Ich sehe jedenfalls, dass du dich wirklich verändert hast, Waldgeist. Ich vermisse dein altes Aussehen. Aber ein hübscher Hirsch bist du schon. Gut, um ahnungslose Mädchen in Schwierigkeiten zu locken, was? Ah, ich kann mich nicht erinnern, dass du dich in der Vergangenheit daran gestört hättest. Aber keine Sorge, dein Mädchen kennt sich ein wenig aus. Ich lehre sie gut. All deine Geheimnisse, was? Sei jetzt still, bevor ich auf den Geschmack von Hirschragu komme. Nun gut, hoffen wir für sie, dass sie unserer Beider würdig ist. Was dich betrifft, du hast dich gut geschlagen. Es gibt nichts, was Naturgeister lieber mögen als ein bisschen Drama. Aber Waldgeister, die Bällen beißen nicht. Obwohl sein Gestank beides noch übertrifft. Puh, ich weiß nicht, warum er sich nicht ab und zu mal ein Bart gönnt. Ich muss gehen, bevor mir aus Protest die Nase aus dem Gesicht fällt. Wir sehen uns sicher bald wieder. Aber bevor du gehst, solltest du mit dem Waldgeist darüber reden, was aus den Holzfällern werden soll. Ihm ist es vielleicht egal, aber es gibt Leute in der Stadt, denen es anders geht. Auch Narren haben Angehörige. Ja, das hat sie gar nicht so schlecht gesagt. Warum dreht die sich nicht mal um? Jeder dreht sich zu mir, wenn ich ihn anspreche, aber ich drehe mich nicht um. Ich bin voll unhöflich. Du willst wissen, was mit den Holzfällern ist, die es gewagt haben, mein Allerheiligstes zu schänden? Wenn du mich fragst, sind sie dort, wo sie sind, ganz gut aufgehoben. So werden sie keinen weiteren Schaden anrichten. Zumindest werden sie dem Wald nicht schaden. Sollen sie doch verdorren, sage ich. Aber letzten Endes warst du es, die ihr Unrecht wieder gut gemacht hat. Und deshalb würde ich sagen, ihr Schicksal, dass ihr Schicksal in deinen Händen liegt. Ach, ich liebe es, Verantwortung zu übertragen. Also, junger Mensch, was für ein Schicksal wünschst du dir für sie? Ja, sie dürfen keinen weiteren Schaden anrichten, das ist richtig. Ich frage mich nur, hat der jemals mit denen gesprochen? Also vorher. Hat der jemals gesagt, ihr sollt das nicht tun, das ist nicht gut für den Wald. Aber grundsätzlich, ich bin mir sicher, sie haben ihre Lektion gelernt. Befreie sie von den Nebeln der Verzauberung. Das habe ich erwartet. Du bist etwas weich, junger Mensch. Ich hoffe, das wird dir nicht zum Verhängnis. Du solltest mit ihnen reden, um sicher zu gehen, dass sie sich wirklich bessern. Sie werden bestenfalls verwirrt sein. Und schlimmstenfalls, nun, das ist jetzt dein Problem. Wir haben eine Truhe bekommen. Wir sehen uns dann im Haus. Der Nebel ist weg. Endlich kann ich meinen Weg nach Hause sehen. War das dein Werk? Ich danke dir. Ich muss etwas zu essen finden. Ich bin am Verhungern. Morgen muss ich wieder zur Arbeit. Ich brauche einen Moment, um mich zu sammeln. Dann werde ich zurück ins Dorf gehen. Also der Satz mit morgen muss ich wieder zur Arbeit, der gefällt mir jetzt nicht so. Weil das ja alles Holzfäller waren, ne? Achso, werfen verzauberter Zapfen. Ich kann klar sehen. Hast du mich befreit? Ich schwöre, wenn ich noch einmal einen Baumstamm oder einen Karren sehe, werde ich in einer Höhle leben. Du kannst es haben. Ich brauche es nicht mehr. Uh, Dankeschön. Aber die ist wahrscheinlich nur dekomäßig, oder? Ich brauche einen Moment, mich zu sammeln. Okay, ja. Der andere war... War das der? Nee, oder? Doch, das war, glaube ich, doch der. Was ist passiert? Ich kann mich an nichts erinnern. Ich weiß nur, dass ich von diesem Ort weg muss. Nimm das, ich will es nicht mehr sehen. Oh, noch eine kleine Axt. Wir sollten uns noch einmal unterhalten. Ich warte im Dorfzentrum bei Bogdans Karren auf dich. Ja, braucht auch einen Moment, um sich zu sammeln. Okay. Also, die anderen wollen sich zwar nicht nochmal unterhalten, aber es kann natürlich sein, dass man sich trotzdem nochmal mit denen unterhalten kann. Und jetzt aktuell kann man auch nichts hier rausholen. Ich schaue mal eben. Neun Stück habe ich noch. Okay. Das ist aber schon mal gut zu... Also, ich verstehe das so, dass ich hier immer das Holz herkriege und dann wieder ein neues machen muss. Oder ist das einfach nur unterwegs? Weil er meinte, unterwegs werden mir noch mehrere solcher Bäume begegnen. Ich habe ihn gebeten, die Holzfäller freizulassen. Die Holzfäller sagt mir, ich solle sie im Dorf aussuchen, in der Nähe des Händlers. Ich bin mir nicht sicher, ob das das ist. Aber ich markiere das mal. Und ich sollte ja auch noch irgendwas für die Vögel da oben tun. Das würde ich auch... Ich würde eigentlich erstmal gerne das mit den Vögeln da oben weitermachen. Äh. Das ist ja geil. Ich kann reden, aber es ist keiner da. Und wenn ich auf reden klicke, dann ist auch keiner da. Ja. Warum auch nicht? Stellen wir uns mal so, dann wird das nicht die ganze Zeit getriggert. Ja, ihr Lieben. Ähm. Es ist wieder eine ziemlich lange Folge geworden. Natürlich auch ein bisschen, weil ich jetzt hier so ein bisschen doof rumgelaufen bin am Anfang. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe es überhaupt nicht verstanden, was ich jetzt tun musste. So ein kleiner Hinweis wäre da schon ganz schön gewesen. Aber wir haben es ja letztendlich geschafft. Und das ist ja die Hauptsache. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge werden wir dann... Ähm. Ich glaube, ich habe jetzt die Krähen markiert. Werden wir dann, denke ich mal, erstmal zu den Krähen gehen. Diese kleine Nebenaufgabe noch machen. Vielleicht werden wir auch die Sachen unterwegs noch kaputt machen. Hier diese... Diese Hoch... Äh. Wie heißen die Hochtürme? Nee. Ähm. Also die von dem... Von dem Förster da. Äh. Nicht von dem Förster, von dem Jäger. Und ja. Dann würde ich einfach mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da. Oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen. Denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 .